So. Jetzt aber, zack. Da haben wir, und wie viel rüber? Also, 1, 2. Das wären dann 1, 2. Also, von dem Loch aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 oder 8. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das könnte sogar passen. So. Oh. Ah, schade. Gerade so nicht. Und jetzt ist unsere Schaufel kaputt. Da gehen wir mal schnell hoch. Zack, haben wir uns schnell wieder eine gemacht. Achso, da ist jetzt, ja. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Oh. So. So. Jetzt passt's aber. Genau. Gerade so. Und die Spitzhacke ist aber auch bald kaputt. Das heißt, wir müssen gleich sowieso wieder hoch und eine neue Spitzhacke machen. Genau. So. 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 Das passt. So, jetzt wieder die Schaufel. Oh. Jetzt setze ich doch nochmal einen Hagel. Sonst sieht man ja nichts. Okay. 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 So, jetzt. und wir müssen gleich wieder hoch die schraube wechseln so zurzeit geht es noch so 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 So, jetzt haben wir es geschafft. Gut, die erste Etage steht schonmal, also jedenfalls ein bissel. So, kleine Fackeln setzen. Gut. Also, wir müssen dann 5 runter, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sind wir, gut. So. Und hier, zack. So, ich habe gerade einen Zombie. Oh, oh. Nicht, dass der jetzt irgendwie hier runterfällt. Wo ist der? So. 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 Wie doch wie auch. Hoch. Machen wir wieder die Breite und so. Wie das letzte Mal. Also wie bei dem oberen. So. 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 So.